Oh, die Umgebung ändert sich. Oh, das sieht so sexy aus. Wie dieser riesige, kaputte Anus einfach mit Blitzen zerströmt wird, sieht so geil aus. Siehst du das? Ja, ich sehe das hier. Warte, wo sind diese Gegner, die die Blitze abfangen? Die haben auch so Stachel auf dem Rücken, genau. Gerade sind da nur Dinosaurier, aber ich weiß, welche du meinst. Ja, ich wollte sehen, wie die den Strom ableiten. Die haben das, ob sie das wirklich so machen wie im Trailer. Oh, hier sind Raptoren. Oh, hier ist ein normaler. Das sind neue E-Prees oder Preys-Gegner. Oh, da ist der Ray Dao. Oh ja, er spawnt wegen dem Sturm. Ja, genau. Okay, das heißt, es gibt auch Boss-Veränderungen während Klimazonen. Hier ist so ein Mini-Monster, das so ein Dornen hat auf dem Rücken. Ja, genau, genau, genau. Und die gibt es nochmal in XXL, die haben einen großen weißen Dornen auf dem Rücken. Noch mal größer, sicher? Ja, 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 ja. Habe ich bisher nicht gesehen. Echt? Nö. Oh, er hat ihn abgefangen. Oh, er hat ihn auch abgefangen. Wenn, dann sind das die. Wahrscheinlich hast du im Blitz die in weiß gesehen. Ich würde sagen, wir machen mal den Vogelblatt, oder? Ja, aber ich habe den Doshaguma mit drin. Na und? Dann gibt es gleich Turfigen. Das coole ist, dass das Bird, der Vogel, der Bird, 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 dass er den Blitzen automatisch ausweicht. Also die auf dem Boden, nicht die vom Monster direkt. Oh, es ist in der Hand, oder? Oh, es ist in der Hand. Oh, es ist in der Hand. Oh, what the fuck? Yo. Alter, du wurdest gerade kurz. Gemeinsackt. Sack, sack. Oh, fuck. Er hat mich markiert. Über ein Urin. Dieser Fokus-Modus, oder die Möglichkeit zu zielen, macht es viel einfacher, überhaupt zu treffen. Du meinst, L2 gerückt hat nebenbei? Ja, ja. Ja. Oh, oh. Medic. Ja. Ja, schnapp dir den Healer. So. Boah, hab ich ihm gegeben. Volle Ladung. Noch ein bisschen, Kjo. Noch ein bisschen, und er ist mein Sklaven. Ich meine, er liegt auf dem Boden, mit den Dinge. Unaussprechliches. Unaussprechliches Mr. Bond. Unaussprechliches Mr. Bond. Unaussprechliches Mr. Bond. Ja, Badabadoo. Ja, wenn der ist, hast du hier an, hä? Mich nicht. Kleine Fotze. Oh. Bzzzz. Bzzzz. Ja, bzzzz. Also, was machen wir noch mal. Puh. Hack, two. Spit on that thing. Oh, I get a get him that. Hast du das auch gehört mit der Arnold Schwarzenegger Version? Ja, oh, God. You get me? You get a give in that. Hack, two. Spit on that thing. Bäm, bäm, Motherfuckers Ja, mach doch deinen Schwungangriff, du mieses Viech Und, er steckt fest, er steckt fest, mit Schocken Ja, jag mich nicht, ich fühle mich laufen, Steve bin vor dem Schocken Was hast du gesagt? Let's go, baby Oh, oh, er beamed mich, er beamed mich Er hat versucht, er hat versucht, mich zu beamen Okay, ich hab mich anscheinend falsch positioniert Ich wusste nicht, dass der so weitreichend ist Ich liebe es, wie der scheiß Katzenarzt einen einfach vollhaut Mit irgendeiner Plarre und sagt, hier, du Noob Wir haben das Spiel schon so einfach gemacht und du stupst trotzdem, fuck you Oh man ey, ich nutze glaub ich kurz die Gelegenheit, während er wegfliegt Ich muss dringend was essen, denn mein Lebensbreit ist sehr dezimiert Oh ja, klar No stress excess No stress excess Wo kann ich denn essen, wenn ich auf Mission bin? Gute Frage, nächste Frage, weiß ich nicht Ich komm nicht ins Zelt Gibt's ein Lager vorher? Ist das ein Camp? Warte, ich kann nicht in der Stadt sitzen Muss ich zu ner... Oh, ich muss zu ner Dorfseiten Wo ist denn... Da! Ok, da ist ein Dorf Knallreise Ok Moment, ich bin gleich da So, 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 so Alright On my way Hello everybody I tried But they didn't listen No Wohoho Ich muss sagen das Sekret ist sehr gut gemacht Ich helfe dir, Boy! Lebenspulver! Dankeschön. Boy! Du hast den Boy angefasst und das war meins. Du hast den Boy angefasst, das darf nur ich. Muss ich ihn waschen wegen? Waschen? Waschen? Türkis, nein! Ich rette dich! Ich rette dich mit Lebenspulver! Oh nein, ich habe Lebenspulver hier und es pulver ich in deinem Leben! Nice, deswegen heißt es auch Lebenspulver. Mois! Oh was? Er ist einfach gegangen? Nachdem ich ihm das Brett gegeben habe? Was glaubst du, ist das ein Drachen ältester? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Und das macht mich ein bisschen verwirrt, weil das bedeutet, dass ein Nicht-Drachen ältester die Umgebung verändern kann. Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Aber ich glaube nicht, dass er die Veränderung nimmt. Ich glaube nur, dass er von dem Sturm profitiert. Deswegen kommt er mit dem Sturm. Ah, das ist eine mögliche Theorie, ja. Also das ist, das denke ich. Ich denke, er geht dahin, wo der Sturm ist. Weil er lebt im Sturm. Here I am! Rock you! Fuck you! Fuck you! Fuck you like a hurricane! Okay. Die Tatsache, dass man im Wasser langsamer läuft, bedeutet, dass es irgendeine Map gibt, wo man gegen... Das Wetter hält auf. Beobachte, ob er direkt geht. Also erstmal gebe ich ihm eine Schelle und dann fick ich ihn ins Knie. Oh, warte. Ist das noch nicht mehr hell? Es war kurz hell? Ne, es wird hell. Genau. Kann ich hier sliden? Ja, kann ich. cool. Was willst du, du Muschmusch? Was willst du, du Muschmusch? Ja, ja. Okay. Was willst du? Hey, ich hab grad meinen roten Strichbeerl, du mieses Fisch, kommt zu euch. Du hast gesehen, was ich mein? Ja, ja, mit dem Blitzen, ja, ja. Ich weiß ja nicht, ob er das Element besitzt oder ob er es nur nutzt, weißt du? Na, der besitzt das bestimmt. Also er macht das ja aus seinem Körper. Die Blitze schlagen ein in manche Gegner und sie können damit nichts anfangen außer ableiten. Er hat gerade einen bekommen und seine Flügel sind blau geworden. Sein Schweif ist aber noch nicht blau. Wir müssen mal beobachten, was mit seinem Schweif passiert, wenn er einen zweiten abbekommt. Ich glaub, so können wir das am besten testen. Hallo! Hä? Sonja hat jetzt ein, äh, ein Chartfeld-Symbol. Logisch. Das Spiel ist manchmal komisch. Aber gut, ist die Beta, was willst du erwarten? Ja. Irgendwelche Macken muss es geben und das ist wirklich eine kleine. Das ist umgehe. Das ist vollkommen fein. Ich mein, ich hab Ernstman gespielt in der Anfangszeit. Ich weiß mal was ich... Oh Gott. Ich hab abgefuckte Scheiße durch. Und ich hab ihn da. Ich hab ihn da. Immer wieder zurück. Zweifel. Oh shit. Oh Kritikal. Halt. Und wir mussten. Und wir mussten. Ja. What the fuck. Das ist wirklich? Ja. Lag. Es wird heller, der geht wahrscheinlich gleich, dann sucht wieder eine andere Stelle. Gut möglich. Kann es sein, dass sein Kopf immer eine verwundbare Stelle ist, nachdem er den Final Blitz gemacht hat? Gefühlt hat er nach diesem Blitzangriff immer so einen roten Punkt dort. Gut schärfen. Oh. What the fuck? Gut heller, der geht gleich. Hm. Ich glaub, ich glaub, das ist es. Meinst du, dass er immer dem Sturm folgt? Genau, wir müssen jetzt kurz gucken. Ich glaub, das Muster ist, er sucht die Blitze oder beschwürzt mit seiner Antenne an seinem Kopf und dadurch lockt er den Blitz auf sich selbst und wird dadurch stärker. Oh. Ein unterschrankter Theorie. Müssen wir gucken. Müssen wir gucken. Müssen wir gucken. Da. Bessere Kreise, hier kommen wir. Da, 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 da. Auf so GOU JUDYAYÓ! Raidau. Ich frag mich, ob die bei der Namensgebung bleiben. noch hat auch keine blutze so vielleicht hast du recht nur dass er den blitz nicht nachjagt vielleicht dass die blauen stellen die so kristallisierten und leuchten die die theorie ist komplett weg erleuchtet überall er besitzt das element mit aber ich weiß nicht ich glaube er ist tatsächlich für den sturm verantwortlich deswegen ich bin ein bisschen verwirrt haben wir irgendwelche fallen um das zu testen ich lege mal eine falle ich lege mal eine falle ab in die falle ich habe leider kein lebenspulver mein kopf leuchtet tatsächlich nach dem angriff mein kopf ist kaputt zumindest die eine seite also früher hat man zum world immer monster chaser gesagt statt monster hunter weil man immer hinterher laufen muss hier ist das zwar auch der fall aber man hat immer ein monster mit dem man automatisch hinterher laufen können also von daher ja man muss hinterher laufen aber man hat nicht die not das selber zu machen man muss nicht immer selber schauen wo lang und so was ich glaube das ist eine große hilfe für leute wie du weiss schon i think we both know what i'm talking about worum gehts was ich nicht verstehe ist man hat hier einen farbball wieder eingebaut ich weiß nicht wozu das genau ist vielleicht um zu unterscheiden welches monster man gerade jagt das kann gut sein aber es gibt ja immer mehrere aber dann würdest du es trotzdem durch eine markierung eigentlich schon deswegen ich bin überfragt was das angeht du hast ihn hinten auch vor mich gebracht sowas gehörte für mein boy das ist leider normal für das wie ich das ist hier kurz und dann geht es in sein eigenes gebiet ich glaube es ist wie bei der gigante ja auch ich hoffe die bringt nicht noch mal behemoth ich finde richtig cool dass die wieder zusammenarbeiten weiß man schon was sie bieten aber man hat theorien aufgestellt es gibt leute die sehr in diesem final fantasy genre drin sind mit der story mit den bossen und so und sie haben auch schon so ein bisschen spekuliert welche in frage kommen wenn man von großen monstern redet ja ich weiß es nicht aber ich bin gespannt schön das ist noch so schöne kooperationen wo gibt sie ihm 122 volle ladung und der skill heißt mächtiger vorstoß welcher genau der den ich mache der ewige alter what the fuck ich war doch schon angegriffen worden ich kann mich noch nicht zweimal angreifen was ist hier für ein spiel es ist rundenbasiert der 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 mit der der an er Jemanden über mir. Nice! Oh, yes! Let's go, baby! Das ist ein Clip! Ich komme! Ich komme, ich komme, ich komme! Ich bin da, ich bin da! Oh, er kann nicht mehr! Er kann nicht mehr. Ja, 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 ja! Oh, oh! Oh, 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 oh! Landet, super! Dead. And that's how you do it, boy. That's how you do it. Yeah, boy! Okay, schauen wir uns mal die Materialien. Ich bin instant in Jambles, motherfucker! Instant! Hä? Blitz? Was? Blitz-Ableiter-Kapsel, ihr Wichse! Es ist ein... Ja... Was ist jetzt schon wieder? Jedes Mal... Ah, nix, alles gut. Komm mal. Nevermind, nevermind, fuck you, Jessi. Donnerkalle, Schwanz... Schwanz... Ich hab zwei Schwänze bekommen, wir können nicht schneller abbrechen, scheiße. Müssen sie ja nicht. Ah, ich hab tatsächlich irgendwas von Jem gekriegt. Equipment Material, was ist das? Redauplatte. Cool. Wo siehst du das Questbeutel, oder wo siehst du das? Äh, ja, ich hab die Option genommen, mir das anzuschauen. Da ist ja so ein Balken, der geht langsam voll, und wenn du es nicht anschaust, dann ist es weg. Kann man bestimmt auch einstellen, dass man es immer hat. Okay, das muss ich erst mal aufnehmen, das war ein schönes Tape. Ja. Das ist...